Es kann nicht genau gesagt werden, ob ihr überhaupt ein Geld zurückbekommt. Ein herzliches Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Blockfeller. Hier erfahrt ihr alles rund um die Themengebiete Kryptowirtschaft, Finanzen, Blockchain. Vor allem ist es uns wichtig, dass ihr bei unserem Kanal erfährt, wie ihr persönlich für euch euren Vorteil aus dieser Welt ziehen könnt und was ihr hier für euren Mehrwert generieren könnt. Im heutigen Video haben wir ein Thema gewählt, welches aus unserer Community sehr stark kam. Und zwar ist es das Unternehmen Cake DeFi oder Cake DeFi. Das Unternehmen Cake DeFi ist von Julian Hosp gegründet. Sprich, Julian Hosp steht sehr stark hinter diesem Unternehmen. Und wir möchten uns heute mal ganz kurz anschauen, was macht dieses Unternehmen überhaupt? Wie kann man dort Geld veranlagen? Was kann man dort an Geld verdienen, an Renditen? Und wie sieht es generell mit dem rechtlichen Rahmen aus? Cake DeFi ist eine klassische Plattform, die im Prinzip drei Bereiche bietet, Geld zu verdienen und jetzt seit kurzem einen vierten, rein aber nur über das App, Geld zu borrown. Das bedeutet, man kann dort Finanzierungen aufnehmen. Die ersten drei Punkte, wenn wir uns die ganz kurz anschauen, und ich möchte hier im Detail nicht darauf eingehen, nur kurz erklären. Das erste Produkt ist Liquidity Mining. Im Liquidity Mining geht es im Großen und Ganzen darum, dass man einer Blockchain, einem DeFi-Protokoll im Prinzip Liquidität zur Verfügung stellt, damit diese mit dieser Liquidität arbeiten kann. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Exchange. Bei einer Exchange muss die Börse selbst die Liquidität zur Verfügung stellen. Und da es ja hier kein zentrales Unternehmen in einem DeFi-Protokoll gibt, wird es hier in Form von Liquidity-Puls gemacht. Das, was uns schon sehr schnell auffällt, das ist zum einen sind es die relativ guten und hohen Yields, das heißt mit über 30% im Jahr, 20%, 27%. Also es gibt aktuell diese Wertepaare, wo man DeFi-Mining machen kann. Das Interessante ist vor allem, dass jedes Wertepaar immer den DFI enthält. Das ist der eigene Coin vom DeFi-Projekt. Und wir sehen hier den Kursverlauf aktuell bei 1,10 Dollar. Bei 17 Cent gestartet, natürlich jetzt mit der restlichen Krypto mit ein wenig Minus gemacht. Interessant ist nur bei CakeDeFi, dass sie schon relativ stark verloren haben und auch diesen Run, den es immer wieder gab in den letzten Monaten, nicht wirklich mitgemacht haben. Das heißt, es ist eigentlich stetig bergab gegangen über die letzten Monate und seitdem konsolidieren wir. Interessant ist selbstverständlich, dass beim DeFi-Mining immer ein Wertepaar zur Verfügung gestellt werden muss. Das bedeutet, wenn ich hier als Beispiel Litecoin und den DeFi-Coin habe, Bitcoin und den DeFi-Coin, dann muss ich diese zwei Coins in einem Verhältnis zueinander einzahlen. Das bedarf natürlich eines gewissen Umschlages oder das bedingt einen gewissen Umschlag beim eigenen DFI-Coin. Warum? Ich kann nicht Bitcoin alleine einzahlen, ich muss Bitcoin und DFI kaufen. Da dadurch das Volumen von DFI nach oben geschoben wird, nach oben gedrückt wird, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einen eigenen Coin-Kurs zu stützen. Interessant für mich ist wirklich, dass es hier nur die Option gibt, gegen den DFI-Liquidity-Mining zu betreiben. Im Prinzip wäre jeder Coin möglich, der auf dieser Chain liegt. Bei Uniswap zum Beispiel kann man jeden Coin der Ethereum-Chain gegen jeden Coin der Ethereum-Chain DeFi minen. Dass es hier immer der eigene Coin ist, das ist bei mir, das löst in mir persönlich ein komisches Gefühl aus, denn ich glaube da ganz, ganz stark, dass es hier in dem Bereich auch darum geht, den eigenen Kurs zu pushen, um die Leute hier darum zu zwingen, wenn sie diese Renditen haben wollen, müssen sie eben ihre halbe Position in DFI erbringen und das bedeutet, dass sie den Coin kaufen müssen und somit den Kurs nach oben drücken. Das weitere, was sie hier noch haben, ist klassisches Staking. Klassisches Staking bedeutet, man zahlt einfach seine Coins ein und diese Coins arbeiten für einen. Interessant ist, hier gibt es wieder die 30%, aber wieder nur am eigenen DFI-Coin und Dash. Das ist eine Kryptowährung, die losgelöst ist von dieser Plattform. Ja, bekommt man aber auch nur 5,2% im Jahr. Schauen wir uns das dritte Produkt im Bereich des Landing noch ganz kurz an und wir sehen hier, was man im Landing so verdienen kann und das sind bis zu 5 oder 6,5%, wenn man in diesen Bereichen sein Kapital binden möchte. 5% in diesem Bereich, in der Krypto passive Erträge zu machen, ist nicht wirklich hoch, aber hier sieht man schon, und das ist für mich schon eine kleine Alarmglocke, hier sehe ich schon, dass es hier zum Beispiel bei Bitcoin 5% im Landing gibt, wie wir vorher gesehen haben im Liquidity Mining. Und bei Bitcoin gibt es 27%, aber ich muss natürlich diesen eigenen DFI-Coin kaufen, der, wenn er natürlich in der Performance absackt, wie zum Beispiel hier, mir natürlich meine Erträge, die ich mit dieser Position machen kann, fast zur Grenze erodiert. Des Weiteren gibt es hier im Liquidity Mining einen sogenannten Impairment Loss, das bedeutet, man stellt ja immer zwei Coins zur Verfügung, die in einem gewissen Kursverhältnis zueinander stehen und wenn sich dieses Kursverhältnis zu weit verschiebt, dann kann es natürlich sein, dass man einen gewissen Impairment Loss mit sich nimmt. Zu genau möchte ich das jetzt nicht erklären, das sprengt den Rahmen dieses Videos in diesem Bereich und ist auch nicht Fokus, aber das Interessante ist, wenn man hier bei Liquidity Meinung so ein bisschen drüber schaut, über die FAQs und so weiter, dann findet man nicht wirklich was, was etwas mit Impairment Loss zu tun hat. Das bedeutet, entweder ist es hier kein Thema, sie haben es irgendwie ausgeschalten oder dieses Risiko wird einfach ganz offen nicht angegeben. Impairment Loss ist aus meiner Sicht immer ein Risiko im Bereich eines Defis oder im Bereich von Decentralized Finance beim Liquidity Mining und es ist für mich schon ein wenig komisch, dass auf dieses Risiko überhaupt nicht hingewiesen wird. Des Weiteren ist auch noch interessant, man kann auf Cake Defi auch, wenn man schaut, sogenannte dezentrale Assets, sein Geld im dezentralen Asset Bereich anlegen in der Defi und dort findet man auch eine interessante Tatsache, ja da wurden gewisse Aktien wie Tesla und so weiter, Amazon digitalisiert mit relativ guten Yields, aber interessant ist, dass es auch hier wieder den DUSD gibt. DUSD ist ein Stablecoin auf der Chain von, hier auf der Chain von der Defi Chain und das Interessante ist, wenn es ein Stablecoin sein soll, wenn wir uns mal All anschauen, naja dieser Stablecoin hat zum Beispiel heuer im Juli fast die Hälfte seines Packs verloren, die Hälfte ist übertrieben, 66% war er nur mehr wert, das heißt er hat 34% von seinem Pack verloren und somit wäre dies für mich kein Stablecoin, auf den ich irgendwie bauen würde. Des Weiteren konnte ich auch nicht herausfinden, ob dieser Stablecoin irgendwie besichert ist. Schauen wir uns die Chain an, die Defi Chain selbst, finden wir hier 177 Tokens und es wird hier angegeben 735 Millionen US-Dollar Total Value Locked. Ganz wichtig, hier sieht man immer die Anzahl der Coins und dann sieht man hier beim DUSDT 40,7 Millionen, dann finden wir die nächste große Position, DUSD, unser variabler Stablecoin, den wir hier uns gerade angeschaut haben, der hier massiv seinen Pack verloren hat und dann auf einmal aber wieder über das Ziel hinausgeschossen ist. Heute steht er bei 97 Cent und so ein Coin sollte eigentlich immer stabil auf einem US-Dollar stehen. Derartige Schwankungen haben in einem Stablecoin absolut nichts zu suchen. Und hier mit 237 Millionen, das bedeutet, wenn wir die zwei Stablecoins, Theta, also DUSDT und den DUSD zusammenzählen, sind es nicht ganz 240, 40 sind fast 280 Millionen vom Total Value Locked. Das bedeutet, gut ein Drittel vom gesamten Total Value Locked kommt rein aus Stablecoins, die aus unserer Sicht aktuell nicht besichert sind. Weiters war es für uns auch nicht herauszufinden, inwieweit, dass die ganzen digitalen Assets full gebacked sind. Aber das mit den Stablecoins, dass das mit Abstand die größten Positionen sind, das ist für uns eine weitere Alarmglocke, wo ich schon eher Bedenken hätte, in dieses System zu investieren. Warum? Ups, hier. Wenn man hier sieht, man bekommt seine Erträge, hier zum Beispiel wieder der eigene Coin und hier wieder DUSD. Wenn man die Erträge in diesen beiden Positionen ausbezahlt bekommt, aber dieser Stablecoin teilweise 40% Wertverlust auf den Tisch schlägt und nicht Stable ist, dann werden diese Wertverluste wahrscheinlich meinen gesamten Ertrag auffressen. Wir sprechen hier von 30% APY im Jahr und wir sehen hier, dass wir auf 65 Cent waren. Das heißt, wir haben ca. 35% an Kurs verloren am Stablecoin. Da dieser Stablecoin anscheinend auch nicht voll Fiat gebacked ist, ist sehr abzuraten davon, diesen Stablecoin zu verwenden. CakeDeFi wird ja betrieben und wird ja beworben vom Dr. Julian Hosp. Dr. Julian Hosp ist in der Krypto gerade im deutschsprachigen Bereich ein sehr, sehr bekannter Influencer oder Unternehmer. Und unserer Ansicht nach sollten wir uns auch ein wenig anschauen, wo kommt der Herr her, wenn er das Ganze im Endeffekt so promotet. Ganz eine aktuelle Geschichte aus dem Jahr 2022 ist, dass die BaFin gegen CakeDeFi ermittelt. Warum? Weil sie zum einen keine Zulassung haben, in Deutschland irgendeine oder in der gesamten EU irgendeine Art von Finanzdienstleistungen zu erbringen. Und das ist natürlich ein weiteres Problem. Warum? Weil CakeDeFi Referral-Provisionen ausbezahlt. Und wenn ich natürlich heute eine Finanztransaktion verkaufe, die nicht zugelassen ist und das empfehlen lasse von Menschen, die bei mir voll KWC unterlaufen haben, dann brauchen diese Menschen natürlich auch eine Zulassung. Das bedeutet, wenn das im deutschsprachigen Raum empfohlen wird und ich im deutschsprachigen Bereich hier meine Affiliate-Provisionen bekomme und zwar 1% pro Jahr auf das gesamte Investment meiner Geworbenen, dann brauche ich aus unserer Sicht, bin ich ein Vermittler eines Finanzgeschäfts und brauche ich auch hier natürlich dementsprechende Zulassungen. Bei CakeDeFi haben wir uns mal einen Account erstellt und wenn wir hier auf Profile Settings gehen und auf Identity Verification, ist es uns seit vielen Tagen nicht möglich, diesen Prozess abzuschließen. Wir haben es mit mehreren Endgeräten versucht, wir haben mit der Support-Hotline geschrieben. Es konnte uns keiner genau sagen, wieso wir hier keinen Verifizierungsprozess starten konnten. Aber zurück zu Herr Hosp und CakeDeFi unter Bafin. Selbstverständlich ist CakeDeFi in Singapur gelistet und jetzt könnte man sagen, warum brauchen die in Deutschland Zulassungen? Naja, das große Problem ist, und das stellt die Bafin auch so dar, wenn ich im deutschsprachigen Bereich Werbung mache, auf Deutsch für meine Plattform, die in Singapur sitzt, aber wenn ich deutsche Werbung mache, dann habe ich hier als Zielmarkt eindeutig den deutschsprachigen Bereich. Herr Hosp hat sich gedacht, dass er, indem er die Seite im Großen und Ganzen auf Englisch macht, wo man hier Deutsch nicht wählen kann, dass er damit einigermaßen signalisiert, nicht für den deutschsprachigen Bereich da zu sein. Das große Problem ist nur, dass es natürlich von ihm eine Stellungnahme gab, wo er in Deutsch seine deutschsprachigen Kunden beruhigt und seinen deutschsprachigen Kunden in Deutsch sagt, dass sie um ihre Fans keine Angst haben müssen. Diese Reaktion ist äußerst unklug aus unserer Sicht. Warum? Weil es mehr oder minder ein Eingeständnis dazu ist, dass man im deutschsprachigen Bereich tätig ist, dass man im deutschsprachigen Bereich aktiv Vertrieb macht und auch hier aktiv deutschsprachige Kundenbeziehungen anspricht. Sucht man ein wenig mehr über Herr Hosp, findet man, dass er im Unternehmen 10X beteiligt war. Das Unternehmen 10X war ja ein sehr großes, fragwürdiges Unterfangen, wo teilweise sehr viel Geld verschwunden ist. Hochinteressant, dass es hier ein Interview ist mit Dr. Julian Hosp. Und das Interessante ist, anscheinend ist er nicht in der Funktion gewesen, in dem er sich sehr oft dargestellt hat, und zwar als Blockchain- und Kryptoexperte, so wie er auch als Influencer auftritt, sondern er ist rein, und das sagt er dort in dem Interview auch selbst, rein im Bereich Marketing und Kommunikation zuständig gewesen. Das bedeutet, er war nicht für die Technik zuständig. Und das ist etwas, was für mich sehr komisch ist, weil er sich eben als technisch versierter Influencer promotet, auch Vorträge gibt, auch in dieser Art und Weise auftritt, aber anscheinend im Hintergrund nichts mit der Technik zu tun hat und de facto rein Marketing, Vertrieb, Kommunikation macht. Man findet auf Cake.defi, relativ über Cake.defi, einiges im Internet. Interessant ist im Internet, man findet gewisse Verbindungen, von Herr Hosp, Entschuldigung, hier, man findet gewisse Verbindungen von Herr Hosp zu einem Unternehmen Lioness und Lioness ist ein Pyramidenspiel, ist ein Strukturvertriebs-Scam, dem die Behörden schon seit vielen Jahren versuchen, den Garaus zu machen und das Interessante ist, dass wir sogar von der TenX selbst im Prinzip dann auf sein Video referenziert werden, das er selbst mit einem Einspruch natürlich vom Netz nehmen ließ. Das Interessante, wenn man aber ein bisschen weitersucht, findet man aus 2018 vom Herrn Hosp sehr wohl Dinge, wo er mit Lioness zusammen auftritt, mit Cashback World, das heißt man kann nicht wirklich alles herausnehmen aus dem Ganzen und hier wird auch erzählt, dass er im Mittelbereich so um die 8000 US-Dollar verdient hat im Monat bei Lioness, aber dieser Ertrag dann massiv weiter angestiegen ist und auch hier dieses Video wurde wieder aufgrund seines Einspruchs gelöscht. Das bedeutet, er versucht anscheinend hier seine Vergangenheit bei der Lioness oder Cashback World ein wenig zu verschleiern und es gibt Beiträge, die man auch findet, wenn man das durchliest. Die Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung an. Wenn man sich diese Beiträge durchliest, findet man auch gewisse Stimmen, die sagen, dass er seine ersten größeren Kapitalpositionen im Prinzip im Pyramidensystem Lioness verdient hat und mit dem und seiner Community dann auch in Richtung der 10X gegangen ist. Aufgrund dieser Zusammenhänge von Herrn Hosp und Lioness hat auch 10X ihn gebeten, das Unternehmen zu verlassen, weil sich mit Cashback World, Lioness oder solchen Strukturvertriebspyramidensystemen offiziell nichts zu tun haben wollten. Hintergrund für die 10X war natürlich, dass sie hier ein sauberes System, ein sauberes Wallet-System aufsetzen wollten und da sie im Bereich der Kryptoassets sind, natürlich Ihr Ruf für sie ganz, 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 ganz wichtig ist. Die Videos, wie gesagt, wurden leider alle deaktiviert. Wir können sie nicht mehr zur Verfügung stellen, da Herr Hosp sie unterm Strich alle hat löschen oder entfernen lassen. Hier auf der Chain, wenn wir uns dies ganz nochmal kurz anschauen, nochmal kurz zur Erinnerung rufen. Von den 735 Millionen Total Value Locked sprechen wir und da reden wir bei der Tax von 405 Millionen, wie uns hier angezeigt wird. Und wenn ich 405 Millionen Lock in einer Tax habe und 40 Millionen und 237 Millionen aus den Stablecoins kommen, vor allem aus einem, der hier ungebackt ist, dann sind diese Zahlen für uns einfach absolut übertrieben, absolut schön gerechnet. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig, gerade was das hier mit der BaFin betrifft, vor allem auch, weil es eben, wie angesprochen, diese Vertriebsprovisionen gibt. Schauen wir uns bei Cake Defi dann noch ein wenig die AGBs an. Warum? Naja, weil Cake Defi eine zentralisierte Plattform ist und wir haben ja vor Kurzem jetzt beim Unternehmen Celsius und anderen gesehen, dass die Anwälte dieser Unternehmen bei der Insolvenz der Ansicht sind, dass die Assets der Kunden eigentlich der Firma gehören. Interessant ist, schaut man sich hier die AGBs ein wenig durch, vor allem, you acknowledge and accept the following. Das bedeutet, wenn ihr Verträge mit diesem Unternehmen eingeht und das tut ihr, wenn ihr dort Geld einzahlt oder Kryptos, dann akzeptiert ihr das automatisch. Und das Interessante ist, dass hier natürlich ausgezogen, kann man sagen, oder markiert für euch übersetzt steht, dass die Assets alle in einen Topf kommen und wenn es im Bereich einer Insolvenz ist, dann kann jetzt nicht so genau gleich gesagt werden, wem wie viel von diesem Topf gehört. Es kann nicht genau gesagt werden, ob ihr überhaupt ein Geld zurückbekommt und am Ende steht noch, you will not be entitled to any interest in respect of the supported digital assets. Das bedeutet, wenn man sich die Punkte 429 bis 4211 durchliest und das ist jetzt auch, you acknowledge bedeutet, das geht auf alles, weil das ist nicht unter einem speziellen Bereich hineinsummiert, dann heißt das für uns, dass ihr hier größtenteils die Eigentumskontrollrechte an euren Coins aufgebt und ihr sehr, sehr stark vertrauen müsst, dass dieses Portal wirklich sorgsam mit euren Kryptos umgeht. Wenn ich dann natürlich nochmal kurz uns das Stablecoin Thema ein wenig in den Kopf rufe, dass von diesem Total Value Locked an der DEX von den 400 Millionen, 280 Millionen nicht ganz aus den ungedeckten Stablecoins kommen, dann sehe ich hier schon relativ große Probleme und eine relativ große Instabilität. Sprich, es gibt aus meiner Sicht Protokolle wie von anderen Kryptowährungen, wo man wirklich im dezentralen Bereich Liquidity farmen kann, nur dazu gehört ein wenig mehr Wissen, dass man weiß, wie man das selbst anstellen muss. Es ist nicht so praktisch auf einer Plattform hier zusammengestellt und schaut auch nicht so optisch schön aus wie auf CakeDeFi, nur dafür bleiben die Coins bei euch in eurem Wallet und übergebt sie keinem zentralistischen Dienst. Zusammengefasst noch am Ende jetzt meine ganz, ganz persönliche Meinung zu CakeDeFi. Jeder muss hier seine eigenen Entscheidungen treffen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir mit den jüngsten Ereignissen starten, diese BaFin-Ermittlung per se ist aus meiner Sicht jetzt nichts ganz Ungewöhnliches. Sehr, sehr unklug ist natürlich die sofortige Reaktion auf Deutsch von Herrn Hosp, was eigentlich ein Schuldeingeständnis aus meiner Sicht bei der BaFin-Anschuldigung entspricht. Des Weiteren ist für mich etwas strange oder komisch, dass Herr Hosp seine gesamte Vergangenheit bei der Lioness oder Cashback World versucht irgendwie zu verdunkeln oder aus dem Netz zu nehmen. Das nächste ist, dass sogar die 10X aufgrund dieser Geschichten mit der Cashback World mit ihm die Partnerschaft beendet hat. Man sieht, es wirkt negativ, deshalb will er es wahrscheinlich auch irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Diese AGB-Geschichten sind für mich ein massives Warnsignal, Coins keinem Dritten zu übergeben. Vor allem, wenn es hier beim Total Value lockt mit Stable Coins und ungedeckten Stable Coins. Und wir reden hier wirklich von 35%, wo sich das Stable Coin jetzt bewegt hat. Also erst von 65 Cent, 35% nach unten, auf 105 hoch. Das heißt ein Movement von über 40% in wenigen Tagen und das ist aus meiner Sicht ein Wahnsinn. Das bedeutet, Cake Defi wirkt für mich so, dass ich sagen muss, entweder man will den eigenen Coin-Kurs buschen. Das bedeutet, Herr Hosp hat mit diesem Portal sicher extrem starken Gewinn gemacht, weil er den eigenen Defi-Coin verkauft hat. Des Weiteren verkauft er auch BUSD anscheinend. Für uns weiß jetzt nicht herauszufinden, ob der voll Fiat-Packt ist. Ist er nicht Fiat-Packt, so wie es aktuell ausschaut, weil er solche Kursdifferenzen aufweist am Markt. Dann muss ich ganz offen sagen, dass ich hier alle Digital Assets gegen den BUSD meinen kann oder mir erwirtschaften kann. Wenn der zweite Coin so ein dermaßen Kursrisiko aufweist, würde ich massiv davon abraten, dort Geld zu investieren. Wie gesagt, man kann Liquidity-Mining-Defi auch selbst machen. Your Keys, Your Coins und bleibt alles bei euch und sollte für euch dann ein massiver Vorteil sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da. Wir freuen uns auch immer über qualifizierte Kommentare. Wenn euch die Welt der Krypto interessiert, kann ich an dieser Stelle nur auf unseren News-Channel verweisen, der auch sehr viele Themen im Bereich der Wirtschaft abdeckt. Wenn ihr nachhaltig in der Krypto Geld verdienen möchtet und das auch mit Erklärungen, mit Live-Seminaren und so weiter, dann seid ihr an dieser Stelle herzlichst an unsere Blockfile-RVIP-Gruppe verwiesen. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Und wenn ihr genau solche Dinge wirklich verstehen wollt, was ist Liquidity-Mining, was ist Staken, Lenden, Borrow, was läuft im Hintergrund dabei ab und wenn ihr in Zukunft auch selbst solche Portale ohne Probleme überprüfen können wollt, wissen wollt, worauf ihr schauen müsst, dann seid ihr an dieser Stelle herzlichst an unsere Blockfile-Akademie verwiesen. Über 20 Stunden Videomaterial, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Bis dahin, ich hoffe, euch hat dieses Video gleich Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.